So, hallo, ich begrüße euch zu einer Runde Fortnite. Bodenoffensive heißt der neue Modus. So wie es hier steht, man hat wenige Munition, die ist begrenzt, man hat wenig Baumaterial, das ist begrenzt. Nutze bestehende Deckung, um Ressourcen zu sparen, das heißt wenig bauen, das ist doch genau mein Ding. Es ist eigentlich ein Duo-Modus, also man spielt zu zweit, eigentlich. Das heißt, ich bin wieder mein allein, ich bin wieder mein Einzelduo. Also ich werde keine Chance haben, wenn alle zu zweit rumlaufen und ich alleine rumlaufe. Aber vielleicht gibt es ja auch noch mehr Singles, die sich da alleine rumwurschteln. Wir werden sehen. Ich probiere es jetzt auch nur kurz einmal aus und dann hat sich das auch schon erledigt. Äh, gibt es schon Informationen? Nö. Na dann können wir ja. Achso, und falls es jetzt hier besonders lenken sollte oder sowas, ich bin nicht zu Hause. Ich probiere es einfach mal aus, ob es geht. Wir werden sehen. Dann ist es wahrscheinlich ein ganz normaler Battle Royale-Modus. Nur halt als Duo und, äh, mit Begrenzungen, wie Munition und solchen Geschichten. Ja gut. Kann man mal machen. Das war vielleicht ein bisschen bald, aber so schaffe ich es jetzt zumindest darüber. Das ist doch auch mal was wert. Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendeiner mitgekommen ist. Wir wissen noch nicht, wo es weitergeht. Gleich erst. So, ist da jetzt einer mitgekommen? Nee, ne? Ein Kugler ist auch da. Oh, direkt. Okay, sind hier hauptsächlich goldene Waffen? Oder war das jetzt Zufall? Oh, ich glaube, das war Zufall. Limit ist schon erreicht. 30 Holz ist das Limit. Huhuhu, okay, alles klar. Alles klar. Auch der Stein hat schon sein Limit, oder was? Mit 20 Steinen ist das Limit erreicht. Ja, nice. Kann man mal machen, ne? Und was ist das? Das ist ein Sturmdreher, gell? Das ist die falsche... Oh, wir sind schon richtig im Gebiet. Sehr gut. Ja, das ist ein Sturmdreher. Schleudert eine Granate, die in der... Ah, ja. Gut, ich gehe in meinen Kugler. Und freue mich eine Runde. So, an sich, map-technisch könnte es interessant werden. Weil hier doch sehr viel ist, was man in der Natur dann nutzen kann. So, wir gucken aber mal noch nach ein paar anderen Waffen. Aber okay, Munition, wenn ich hier schon 58 habe, ist das ja schon mal... ...ordentlich, sag ich mal. Was habe ich jetzt eingesammelt? Ich weiß es nicht. So, und ich will es einmal schaffen, bisher war ich immer zu doof dafür, einfach direkt von hier oben auf das Dach zu springen. Das muss doch eigentlich gehen. Nein! Das haut wieder nicht hin. Oh, 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 ha! Das war jetzt ja auch interessant. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Äh, tschüss. Ich bin dann mal weg. Huch. Schade. Das war vielleicht nicht so gut, da reinzugehen. Okay. Also, das ist ein ganz normaler Modus. Modus-Begrenzung. Kein Grund, dass wir uns das speziell anschauen müssten. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir eine Runde Gruppenkeile spielen. Äh, ich glaube, ich habe mich verklickt. Das ist nicht Gruppenkeile... Hä? Was ist das? Offene... Was? What? Hä? Ich habe Gruppenkeile gestartet, Fragezeichen? Dachte ich. Ich bin verwirrt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Division 1? Und wieso läuft da keine Zeit? Ah, danke. Hä, aber was tue ich jetzt? Hallo? Was? Habe ich versehentlich Battle Royale? Aber Division... Hä? Was heißt das? Was habe ich getan? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Aber irgendwas habe ich offensichtlich getan. Äh. Ja, gut, ne? Keine Ahnung. Irgendwas habe ich getan, von dem ich nicht weiß, was... Was ist das da für ein gelbes Ding? Achso. Kriegen wir in der Minute gesagt. Ich vergesse das jedes Mal, ne? Aber ist das so ein riesiger Schirm, wo ich mich schon mal gewundert habe, dass die da sind? Ach, das ist... Ja, das ist so ein Schirm und da ist direkt so ein Teil. Ist da jetzt jemand mit mir hin? Bin ich gleich tot, wenn ich da hochgehe? Hä? Was tue ich? Ja, boi. Was mache ich denn hier für ein Quatsch? Ich war nur gerade leicht irritiert. Hey, da ist doch schon einer. Oh Mann. Tschüss. Das habe ich nicht verstanden. Da war... Da habe ich... Indirekt anscheinend gemerkt, dass da einer ist. Oder keine Ahnung. Das war ja gerade ein Blödsinn. Blödsinn. So. Okay. Aber was ist denn das hier? Ist das jetzt ein normales Battle Roy? Was habe ich? Aber da ist ein anderes Symbol da unten. Äh. Kommt der schon? Nein, in drei Minuten liegt der. Wow. Wo? Wo? Wo denn? Wo denn? Hörst du auf. Frech. Ich bräuchte was zum Heilen und was zum Verstecken. Ich bin nämlich gar nicht da. Geht der mir jetzt hinterher, wer immer der der ist? So, da ist was zum Heilen. Das ist schon mal gut. Wow. Mein Gott. Hohohohoho. Oh mein Gott. Das hätte ich ja nicht gedacht. Okay. Hallo? Ich habe 75... Aber das ist doch noch nicht voll. Geht es nicht voller? Na gut. Boah. Das war gerade... In letzter Sekunde aber. Puh. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das gut geht. Jetzt habe ich da eine Eins stehen. Okay. Okay. Problem ist, in einer Minute wird es hier... Ich sage mal stürmisch. Ah, kann ich? Nice. So. Danke dafür. Abflug. Braucht ganz schnell, ganz schnell hier... Das haben wir schon, ne? Das ist die... Genau. Ah. Okay. So viel Zeit muss sein. Das Problem... Ah, ich habe die Zeit nicht. Ich habe die Zeit nicht, mich noch umzugucken. Ich würde mich hier gerne umgucken, aber... Warum? Wie gesagt, ich habe die Zeit nicht. Warum tue ich es denn dann? Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Tschüss. Da habe ich halt gerade echt Glück gehabt, dass der mich... Ah, ich bräuchte ein Fahrzeug oder irgendwas, weil wenn der Sturm jetzt kommt und der so schnell ist wie die letzten Male, habe ich keine Schnitte. Boah, da hat er sich hier rüber gebaut, ne? Puh. Puh. Okay. Schaffen wir das, wenn ich einfach laufe, geradeaus? Ich habe da ein paar Bedenken. Nee. Und vor allem muss ich ja gleichzeitig mich noch umgucken, nicht, dass ich abgeschossen werde irgendwo plötzlich. Ich bräuchte irgendwas zum Fahren. Da war offensichtlich mal jemand. Ich hoffe, derjenige ist nicht mehr da. Ist hier nicht auch irgendwas zum Fahren immer mal gewesen? Ich kann mich jetzt hier nicht mehr umgucken, das ist mir... Ach, ne, da vorne kommt ja schon das Gebiet. Okay, dann haben wir es geschafft. Sehr gut. Dann kann ich mich vielleicht doch nochmal umgucken. Oh, guck mal. Das ist doch schon mal besser als hier, äh, das da. Da war wohl eine Truhe oder sowas. Haben wir es schon. So, Türen aufmachen sollte man eigentlich auch tunlichst vermeiden. Das ist immer relativ laut. Oh, was können wir uns denn hier holen? Ich drücke dann wieder im falschen Moment, ich kenne mich doch. Hm. Gib mir mal was. Guck mal, da haben wir auch ein paar. Granaten werfe ich halt ja relativ selten. Aber will ich vielleicht welche mitnehmen? Aber was will ich dann stattdessen? Ich will gar nichts mehr. Ich gehe. Ich sehe da gerade was. Bevor es dann doch nochmal knapp wird. Riskieren wir das nicht. Mal gucken, das kommt schon relativ schnell. Ich habe den Eindruck, das Sturm ist schneller geworden. Habe ich aber gar nicht in der Patchnote gelesen. Aber wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. Und der war schon immer so schnell. So, Problem. Jetzt kommt hier Neo-Dings. Das heißt, der wird slaggen. Das heißt, ich warte jetzt erstmal ab und gucke, wohin der Sturm uns dann als nächstes führt. So, hier kann ich erstmal sein. Ich dürfte jetzt auch so schnell keiner auftauchen, weil der genau bei mir erhalten wird. Oh, guck mal, da kam ein 2. Aber wir müssen auf jeden Fall weiter. Nja. Und zwar, boah, richtig ungünstig. Okay, das ist jetzt richtig ungünstig vom Weg her. Weil in Neo-City geht es anscheinend ab. Nee, Neo-Tilted heißt das Ding. Nicht Neo-City. Entschuldigung. Oh, oh. Ich versuche mich da mal dran vorbei zu mogeln. Da sind doch auch gerne mal so Gefährte. Aber. Uh. Infanterie-Gewähr. Habe ich auf jeden Fall mehr Munition für. Was erreiche die Top-Plus-Hype? Hä? Das ist mir lieber als das andere im Brücken. Was habe ich? Hä? Jetzt habe ich da unten eine 4. Hä? Erreiche die Top-25 plus Hype. Plus 3 Hype. Das heißt, das da unten ist Hype. Oder was, was ich aufbaue? Ich habe Fragen. Nämlich, in was für einem Modus ich gelandet bin. Ich habe doch Gruppenkeile. Wo habe ich denn hingeklickt? Bitte. Wo habe ich denn bitte hingeklickt? Dass ich jetzt da gelandet bin, wo ich gelandet bin. Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Aber das wird sich alles nach diesem Match hier klären. Solange muss ich jetzt einfach mal das hinnehmen, dass ich das habe, was ich habe. Und ich sollte, wenn ich hier schon eh rumlaufe... Oh Gott, jetzt wird es... Jetzt wird es kritisch. Ein bisschen abbauen. Für den Fall der Fälle. Ich schätze... Oh Gott, jetzt kommen die alle von der Stadt, die da waren, ne? Gut, es sind eh nur noch 20 Spieler übrig. Wo, 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 wo? So schnell bin ich nicht. Okay. Ach, Mann. Oh, guck mal, da sind Lamas. Aber aktiviert man die nicht mit E? Macht man die kaputt? Ach so, ja gut, geht auch. Meinetwegen. Okay. Ziel, genau. Ich habe auch ganz selten geschossen. Ah, guck mal, wir sind Level 16 geworden. Sehr schön. Habe ich jetzt was davon? Nicht. Äh, äh? Hat dieser eine Schuss als sechs Kopfschüsse gezählt? Weil das ja so ein Schockerfding ist, was man... Yo, beruhige dich. Okay, der scheint nicht schlecht zu sein, dann... Kann ich damit leben, dass die nicht... Mann, die ist echt schneller geworden, ne? Der kann das auch nicht mehr einholen. Früher konnte man doch das Schild einholen, den den... Hä? Ich habe nichts gedrückt. Ich wollte das zu Ende gucken. Ich habe nichts gedrückt. Ich hatte nicht mal meine Finger an der Maus. Hä? Okay. So, aber was habe ich jetzt für einen Modus? Verstehe, ich verstehe nicht. Was ich getan habe. Was? Was ist denn heute los? Der Server requested that you leave the match. Offene Liga, Division 1, 4 von 25. Nächste Divisionsrang in 21. Was spiel... Arena? Ach so. Hä? Ich habe... Ich habe... Mich dann hier verklickt. Aber konnte ich Arena früher überhaupt nicht... Weil konnte ich... Hä? Ich weiß noch... Ach so, aber das war ja noch mit einem anderen Level. Na, da hieß es irgendwie, dass der Level nicht reicht, um das zu spielen. Anscheinend reicht der Level jetzt, um das zu spielen. Also was haben wir jetzt getan? Beweise in diesem Wettkampfmodus, was du drauf hast. In jedem Match kannst du Hype verdienen, indem du entweder gute Platzjungen erziehst oder Gegner erledigst. Je mehr Hype du sammelst, desto stärkere Gegner mit ähnlich gutem Können werden dir zugetan. Das erklärt, warum ich den töten konnte, weil der genauso dumm war wie ich. Hä? Okay. Okay, okay, äh... Dann spielen wir noch eine Runde Arena. Und sammeln Hype. Weil, warum nicht? Und wurde ich dann deswegen jetzt vom Server freundlich entfernt, weil man da nicht zugucken darf, den anderen? Darf man das dann in dem Fall nicht mehr? Das war mir jetzt neu, dass man da einfach, äh, entfernt wird. Das, äh... Das ist passiert. Ne? Aber gut, dann... Dann sind wir versehentlich in die Arena gestolpert. Das kann man... Das kann man... Mein Gott, das ist wieder eine Aufnahme. Manchmal weiß ich auch nicht, was passiert. Ich wollte hier einfach nur Gruppen... Ich hab doch sogar gesagt, wir machen Gruppen keine, ne? Dann hab ich da hingeklickt. Anscheinend hab ich mich ein bisschen verklickt. Hab nicht gesehen, was ich tue. Hab das dann gestartet. Und dann hab ich euch ja... Hab ich ja die Aufnahme gestartet in dem Moment, wo dieser Bildschirm kam. Wieso dauert das jetzt, drei Jahre hier zu laden? Hallo? Ja, ich schätze, dann sehen wir uns wieder, wenn's geladen hat, ne? Ah, jetzt... Okay. Jetzt hat das fertig. Weißt du, da wollte ich gerade eben, wollte ich jetzt auf die Aufnahme beenden, aber scheint's ja zu kommen. Warten auf Server ist ja eigentlich kein... kein... schwerer Weg mehr. Spielersuche hat halt gedauert. Zack, genau. Ne, das heißt, wir sind schon hier, dann kann ich jetzt auch... Jetzt die Aufnahme beenden, wär wieder Quatsch. Ja, dann machen wir noch eine Runde so. Also, das ist ein normaler Battle Royale, nur dass man Hype verdient. Okay. Und dann sozusagen mit steigendem Hype auch stärkere Gegner bekommt. Sehr interessant. Aber interessant, dass es jetzt vor allem geht. Nee, das ging damals nicht, das heißt, damals war mein Battle Pass Level nicht hoch genug, ja? Und jetzt ist mein Battle Pass Level hoch genug. Hier. Nimm, nimm dies und dies und dies und dies und dies. Und dies, oh. Und... okay, dann nicht mehr. Dann nimm halt nichts mehr. Gut. Wir hatten damals... Oh, wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Aber das sind jetzt schon... ja, die steigen alle hier aus. Ja, guck mal, wie die... Wie sie sich alle rausschleudern schon, ne? Ich könnte also eigentlich wieder... Ich weiß, euch wird der Weg langsam nerven. Aber irgendwann... Irgendwie habe ich mir diesen Weg so ein bisschen als Standardweg ausgesucht. Aber ich habe mich nicht beim Busfahrer... Ach, und guck mal, die vier Hype habe ich jetzt schon. Die behalte ich. Ich... okay. Ist ja auch interessant. Wo ich bin zu... Ne, das schaffe ich. Ich sollte jetzt mal... So. Ist da einer mit? Seht keiner. Gott. Wenn einer reinkommt, dann höre ich sie an. Guter Start. Schlechte Richtung. Holy, was ist das? Oh, die Minigun. Ja gut, die ist halt sofort wieder aufgebraucht. Huch. Wollte ich nicht. Also, das heißt, alleine durch Überleben bekomme ich schon Hype, weil wenn ich einfach in der Platzierung lande, ne? Wenn ich jetzt einfach mich nicht umbringen lasse, so schnell. Die Einrichtung hier mache ich mal, nehme ich mal auseinander. Ich glaube, das geht ganz gut. Auch. Dings. Material. Also, da tut mir jetzt einer gerade draußen, ist das ja nicht so cool. So. Ja, jetzt haben wir einiges an Stahl. So viel war es jetzt dann doch auch nicht wieder. Ha! Sie ist da. Sehr gut. Holy, was ist denn heute los? Ja, falsch. Das wollte ich nicht. Ich wollte... Oh mein Gott. Ich wollte... Das kann weg. So. Wo müssen wir hin? Darüber. Okay. Das geht ja klar. Grundsätzlich geht das ja klar. So. Ist da jetzt diesmal wieder eine oder... Habe ich meine? Ah, man schafft's doch. Okay, nice. Man kommt da doch drauf. Sehr gut. Gut. Hä, ist das nicht die gleiche Waffe? Sehe ich jetzt erst. Aber beim einen habe ich 156 Muni, beim anderen 155... Hä? Gibt keinen Sinn. Eine ist da. Okay, dann holen wir uns die. Okay. 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 Sturmgewehr, können wir mitnehmen. Haben wir ja noch Platz. Will ich? Will ich? Anstatt denen, da kann man das machen. So. Dann müssen wir aber jetzt langsam auch schon los, ne? Ja, wir hauen ab. Ist okay. Ups. Aber wir... Dann können wir... Ne, okay. Da ist keine... Spontan sehe ich da nichts mehr. Dann können wir noch zur Brücke gehen. Da kommen wir jetzt eh dran vorbei. Können wir die noch abfrühstücken. Und dann müssen wir halt wirklich... Die Richtung passt ja. Glücklicherweise. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich den hier... ...behalte. Ich stelle den mal hier ab. Ich hoffe, der ist gleich noch da. Ich hoffe, ich bin gleich noch da. Okay, da war noch keiner. Gut, das ist in Ordnung. Da haben wir ein bisschen Munition noch bekommen. Ach so, stopp. Ich doof. Kann ja machen. So, hier. Gluck, gluck, gluck. Dankeschön. Das wäre jetzt... Das wäre jetzt dumm gewesen, das zu vergeuden. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich dran gedacht. Oh. Oh Gott. Das ist jetzt nicht gut. Ist da jetzt jemand? Ich muss los. Also, wer immer da war, ist weg. Okay. Da ist mein Herz ganz kurz stehen geblieben. Uff. Ganz kurz ist es stehen geblieben alles. Hoi, 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 hoi. So. Ich will nicht zu Neo Tilted rein. Ich will... Ja gut, jetzt sind wir ein bisschen bald hier, ne? Plus drei Hype. Ah, ich habe wieder die Top 25 erreicht. Ja, Mensch. So kann man Hype generieren. Das finde ich auch ganz toll. Keine Leistung erbracht, einfach nur da zu sein. Sehr gut. So generiere ich doch gerne Hype. Ist hier was drin? Wenn ja, dann ist es schon weg. Aber dann können wir auch noch ausgehen. Dinge abbauen, die wir nicht nutzen. Ich überlege halt gerade. Okay, aber jetzt gucken wir erstmal, wohin es geht als nächstes. Ah, okay. Wieder komplett da hinten rum. Oh. Schaffen wir das, hinterher zu kommen? Oh Mist. Oh Mist, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Tschüss. Na komm. Ach, jetzt. Ich wollte den... Okay, allerdings sind da jetzt alle anderen auch unterwegs. Ne, dann gehen wir nicht in den Luftstrom. Dann ziehen wir da so rum. Ist vielleicht schlauer, denen nicht exakt zu folgen. Auch wenn jetzt natürlich könnte man wieder argumentieren, man generiert ja Hype dadurch, dass man auch andere erledigt. Aber gut. Äh. Okay, hier wird anscheinend schon ein bisschen was gebaut. Und das kann man machen. Oh, das sieht ja auch cool... Oh, 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 stopp. Das ist das, wo ganz viele... Halt, stopp. Das ist das, wo ganz viele Thronen und so weiter sind, ne? Also manchmal. Vielleicht nicht immer. Ne, aber das sind... Ah, okay. Fahrzeuge und so sind da. Das ist das. Eigentlich eine gute Stelle zum Snipern. Nur reicht ja eh nicht aus, wo wir jetzt gerade sind. Ist da jemand drauf? Läuft da gerade jemand rum? Ich mein, da war bestimmt schon jemand, aber ist da jetzt gerade jemand, ist die Frage. Ist aber auch noch nicht im Gebiet. Nützt mir also nix, selbst wenn's so wäre. 18 Spieler noch. Ich halt mich schon wieder aus allem raus. Da ist der... Da ist der Kringel. Wo sich gleich alle abhalten müssen, hoch. Das war nicht ganz, was ich wollte, aber es ist okay. So. Ich bin immer noch nicht im Gebiet, ne? Das reicht noch nicht. Aber da drüben bin ich halt im Gebiet. Ab... Jetzt. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Stelle. Sollen wir hier mal bleiben? Und abwarten, was so kommt. Huch. Top 15 plus 2 Hype. Ja Mensch, man muss einfach nichts tun. Man muss nur überleben und abhauen. Sehr gut. So generiert man Hype. Das, äh... Gut, da ist das Wort ein bisschen... ...ein bisschen falsch verwendet dann. Aber das ist natürlich kein Hype, wenn man nichts macht. Das war jetzt ja keine große Leistung, immer nur mit dem Kugler rumzusausen. Die Frage ist jetzt halt, wo fangen wir dann an? Ich könnte auch... Ob wir da rüber, da werden dann wahrscheinlich... Da werden sich alle dann so ein bisschen versammeln an dem Ding. Könnte ich mir vorstellen. Weiß es nicht. Aber wir kriegen ja in 13 Sekunden auch gesagt... Guck mal, das müssten eigentlich alle hier sein. Alle 13. Zack. So, wir kriegen jetzt auch gesagt, wo es weitergeht, ne? Da geht's weiter. Also da sind wir sogar... ...recht gut in der Nähe. Ich sehe halber halt niemanden. Da hat man ein paar Schüsse. Elf Spieler noch. Kriege ich für Top 10 auch gleich nochmal Hype? Stopp. Ähm... Ich würde gern da rüber. Ich weiß nur nicht... Ich glaube, wir müssen ja so oder so... ...wohnen dann hier weg. Ich will das nur nicht allzu aufmerksam machen. Oder auffällig machen. Versuche ich mal, mich so im Hintergrund ein bisschen... Aua. An allem vorbeizuschlängeln. Das ist bestimmt super funktioniert. Ja, da baut einer. Cool. Ah, das ist ja doch noch ein relativ großes Gebiet, wenn ich mir das so an... Ja, 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 ja. Du schießt aber hoffentlich nicht auf mich, ne? Oh. Brauche ich leider nicht. Aber was ist denn hier passiert? Soll ich mich an den mal ranwagen? Ich weiß, ich weiß nicht, ob das so klug ist. Da ist wieder mein... ...meine Neugier, die mich dann gleich wieder... ...wo ich mich gleich wieder ärgern werde, dass ich überhaupt neugierig war. Ich weiß ja, wenn der ja doch doof ist, da hoch zu gehen. Warum mach ich das? Warum mach ich das? Nein. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Tschüss. Ich bin dann wieder weg. Oh mein Gott. Oh, wie doof. Du schießt irgendwie auch da. Oh mein Gott. Der trifft sogar gar nicht mal so schlecht von mir. Hat der eine Sniper oder sowas? Wahrscheinlich ja. Ich lass das mal. Tschüss. Oh, mein Kugler ist kaputt. Ach, warum treffe ich den denn nicht? Schade. Alter, liefert sich gleich mit... Achso, jetzt werde ich gleich wieder rausgeschmissen, ne? Ich gehe einfach freiwillig. Ich gehe einfach freiwillig raus. Ach. Dass man immer so schnell stirbt. Aber wir haben wieder Hype generiert, indem wir nichts getan haben. Toll. Gut, damit haben wir den Modus Arena auch mal demonstriert. Das ist also genau das gleiche wie... Es ist im Prinzip ein Battle Royale. Mit dem Unterschied, dass mit steigendem Divisionsrang auch die Gegner stärker werden. Also man kriegt halt dann auch Gegner, die auch Divisionsrang erhöht haben. Allerdings, wenn ich einfach nur den Divisionsrang erhöhen kann, indem ich einfach nichts tue und warte, bis 25 Spieler übrig sind und dann kriege ich einfach zwei Hype dafür. Ja, gut. Das zu schaffen ist jetzt nicht die größte Kunst, ne? Wenn man sich so feige versteckt wie ich. Okay, dabei belassen wir es aber. Danke fürs Zuschauen und... Tschüss.